Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Far Cry 6 mit Joseph, dem großen Kollaps. Ähm, ja. Wir sind gerade hier bei einer Offenbarung und zwar wurde mir offenbart, dass Joseph nicht der Hellste ist. Naja, kann passieren. Dann wollen wir mal. Vater, erinnerst du dich? Hier fing alles an. Hier wurde ich zu deinem Feld. Natürlich erinnere ich mich. Du glaubtest an mich und ich glaubte an dich. Äh. Wenn man bedenkt, was man so alles gehört hat. Nein, nicht wirklich. Du hast dir das so, so ein bisschen zurecht geschubst in deinen Gedanken. Die haben eigentlich in Wirklichkeit zum Teil Angst vor dir. Äh. Okay. Jemanden, den man manipulieren kann. Klar, natürlich. Was denkst du denn? Manipulation ist alles. Wunderschön. Ich sei etwas Besonderes. Natürlich. Das warst du auch. Ich brauchte dich, also habe ich dich vor dir selbst gerettet. Ah ja. Natürlich. Ja. Ich könnte auch am liebsten lachen. Belächeln wir es mal. Warte. Komm ich da ran? Oh, kann ich von hier aus schießen? Nö. Oh, warte mal. Nee. Das klappt nicht. Oh. Oh, warte mal. Warte mal. Nee. Aha. Warte mal. Ach so. Huch. Kuckuck. Und jetzt kommen wir hier runter. Und weiter. Und wir kriegen jedes Mal Buße. Yay. Ich war schwach. Leicht zu manipulieren. Ja. Sag ich doch. Du konntest mir beibringen, stark zu sein. Na. Du zu sein. Ah. Setz beides nicht gleich. Das ist nicht irgendwie, äh. Ne. Oh, warte. Oh, du hast die getroffen. Ich dachte schon, ich hätte die... ...verfeuert. Oh, warte mal. Nein. Au. Das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Und dann muss ich den von da oben treffen. Warte. Ich geh mal weiter, wenn's geht. Oh, warte mal. Ah, warte. Hier. 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 Ähm. Achso, da ist das Licht gar nicht davon. Warte. Oder doch, warte. Warte. Ach doch, da. Ich wollte grad sagen. Krieg. Ich krieg'n Jammanwick zurück. Ah ja. Nein. Oh, Gott sei Dank. Er hat sich doch hochgezogen. Aber warte mal, ich muss da rum, ne? Oder nicht? Nee, ich kann auch hier lang. Okay. Oh, doch, ich muss da lang. Ja. Herzlichen Glück, Strumpf. Warte. Krieg' ich auch von dir ein. Bin schon mal gesprungen, ne? Hi. Er hat sich auch so hin. Okay. Ah, schon doch. Doch, ist ganz cool. Dann werden wir das wahrscheinlich mit den anderen beiden auch kriegen, ne? Bevor ich versuchte zu fliegen, wollte ich dir alles geben. Ihr. Das ist halt so beim Manipulierten, ne? Die ist halt manchmal nicht so einfach. Oh, Judge. Oh, ich wollte alles für dich sein. Kannst du mal? Danke. Aber du hattest schon eine Faith. Dein Herz war schon voll. Faith, das reicht. Das stimmt. Äh, warte hier. Ähm, anders drauf. Aber er will es ja nicht hören. Ich frage mich ja nicht, was mit der anderen Faith passiert ist. Nehme mal so das vor. Fun. Gefragt für einen Freund. Ich meine, wir wissen, dass da mal eine andere gewesen ist. Aber irgendwie kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir das erfahren hätten. Zack, einmal hier hoch. Nochmal hoch. Ah, da oben. Nichts. Als du mich also mit dir hier hochbrachtest und mir sagtest, dass ich dir vertrauen soll, wusste ich, dass ich es tun müsste, wenn ich bei dir sein wollte. Ah, ja. Das nenne ich mal Vertrauen. An der Vertrauensbasis. Kannst du mal bitte... Danke. Wissen, bist du nicht abgestürzt. Sehr beruhigend. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das als Jump'n'Run geeignet ist. Das war ich mir aber vorher auch schon nicht. Okay, warte. Hier. Zack. 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 Aber bei den anderen Vollspielen, nicht DLCs, war ich mir auch nicht sicher, wie gut das dafür geeignet ist. Ah, okay. Einmal weiter. Ah, ja. Weg mit der Schlotze. Ja, ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Da ist er! Und da aus! Schick dich direkt in die E-Klärten! Ja! Ja! Muss ich nicht! Ähm. Mal grad sagen, ich wollte es auch haben. Was? Oh. Oh. Ja. Klar! Ich kann es mir doch gut vorstellen, ne? Ach ja, hier. Geht mal her. Ja, ganz nett. Das ist der Vater, wie ich ihn kenne. Stark, mächtig und furchterregend. Ah ja. Warte. Ja, brauche ich erst mal. Ne? Warte mal, soll ich mich jetzt hier... Ah ja, 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 das war mit dem... Ja, gut. Huiiii! Ach ja, liegen hier auch die Leichen rum, oder? Nein. Okay, nicht. Schade. Schade, schade. Ach. Hinter mir, die habe ich auch gesehen. Warte. Uh, danke. Warte mal, die... Wo ist die? Ich will die haben. Muss die ja auch irgendwo sein. Ach, Schwimmerhinde. Warte mal, ist die vielleicht sogar unter Wasser? Nee, wahrscheinlich nicht. Die sollte hier irgendwo an Land sein, aber ich bin mir nicht sicher, wo genau. Da oben? Oh, bitte lass sie nicht da oben. Nee, ist da oben, oder? Nee, warte mal. Doch, die muss da oben sein. Komm, geh hoch. Ich weiß nicht, dass du das hinkriegst. Du bist besser als Jason. Zeig mir, dass du besser bist als Jason. Zieh deine... Klebeschuhe an. Wo sind deine Klebeschuhe? Warte. Nein. Das funktioniert nicht. Warte, ich muss den richtigen Winkel finden. Richtige Stelle. Nee. Okay, hier komme ich nicht hoch, oder? Verdammt. Ja, ich muss anders da hoch. Vielleicht hier lang? Bitte nicht weiter runterrutschen. Nein, bitte nicht. Ja, gut. Das ist nicht so... Das hat nicht so gut geklappt. Ja. Kannst du mal bitte weniger... theatralisch schwimmen. Und ertrinken. Oder keine Ahnung. Und dann gehe ich da nochmal hin. Und dann gehen wir da hoch. Oh, Mensch. Kinder, Kinder. Was machen die nur mit uns? Aber ansonsten, wie gesagt, ist halt auch sehr unterhaltsam. Aber du meinst, komm ich hier hoch. Ja. Alles eine Frage, das... Richt... Ah, ja. Stimmt, da war ja was. Kletterhaken und so, ne? Ich bin immer froh, wenn sie mir noch andere Möglichkeiten zum Klettern geben, außer den Haken. Sehr nett. Kommen wir wenigstens hier hoch. Auch wenn wir ihn noch nicht haben. Oh, ich freu mich auf den Kletterhaken. Ich will diesen Kletterhaken. Ähm... Ah, ja, hier. Ah, okay, warte. Ja, ja, ja. Wieso wird mir die nicht mehr angezeigt? Jetzt aber. Beide. Na, sie juckt. Ähm... Wo sind die? Ach, hier. Nehmen wir die nämlich auch gleich noch mit. Wie gesagt, wir können die Kohle ganz gut gebrauchen. Ah, warte mal. Ich muss auch mal so langsam wieder zurück zum Unterschlupf, ne? Aber gerade echt viel. Äh... Ja, komm. Das ist echt viel. Später nicht mehr, aber... Gerade jetzt noch momentan. Hä? Wo sind die? Ähm... Oh, wird die noch außersehen angezeigt? Oh, ist die hinter. Wie du jetzt? Ich guck noch mal, aber... Hm. Ich guck noch mal. Das kann halt wirklich die Kiste von unten sein, dass die... Dass ich die zu früh geöffnet hab und... Keine Ahnung. Dass die einfach nicht als offen angezeigt wird. Oh. Was? Wie? Die Nacht ist vorüber. Wir hatten Nacht? Ach, da oben! Wie komm ich da ran? Okay, also definitiv kein Fehler. Sehr beruhigend. Ähm... Oder hätte ich die vorher eröffnen müssen? Aber sie wird mir ja noch angezeigt. Nein! Okay, warte. Man kommt, glaube ich, hin. Aber ein bisschen... Ist aber ein bisschen doof, ne? Warte. Warte, 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 warte. Ähm... Hier. Oder mit Absicht, Tricky. Das kann natürlich auch sein. Warte, einmal runter. Hui! Danke. Gut. Dann können wir nämlich raus. Hab ich die doch tatsächlich vergessen. Naja. Besser, als wenn die an irgendeiner Stelle wäre, wo ich nicht rankomme. Zum Beispiel vor der Statue. Man muss ja irgendwie hinklettern oder so. Ja, ein bisschen doof gewesen. So, ich ist dann doch besser. Ich muss sie irgendwo übersehen haben, wo sich die Statue zusammengebaut hat, ne? In irgendeinem Punkt. Naja. Ähm, ach da. Wollte grad sagen, hier war doch irgendwo der Ausgang. Aber wann war denn jetzt Nacht? Ich rutsche hier wieder runter, ne? Ich hätte jetzt eher gedacht, die Nacht beginnt, als dass die Nacht... Egal. Wurde auch nicht an... Oder? Wurde die ange... Oder habe ich die verpennt, weil, äh... Ich ja das Spiel weiterlaufen lassen hab und, ähm... Aber... Endcard und, ne? Ich hab ja jetzt schon den zweiten Part hab. Hab ich das verpennt? Hm. Na ja. Ich hör' ihn. Na dann. Ah, ich fand Bar's Reaktion irgendwie ganz süß. Auf seine kleinen Mini-Bars. Das ist irgendwie ein bisschen lame. So, dann gehen wir mal zur Straße, äh, zum Yes. Folgende Straße, das Yes. Gut. Die sind weg. Aber, äh... Oder? Ähm... Ich geh' erst mal zum Unterschlupf. Die können wir uns gleich noch holen. Ich glaub' das ist... Er schlägt nach vorn. Nicht zurück. Ja, ja. Er schlägt keine verlorenen Schlachten. Er geht weiter voran. Ah, ja. Wie kommst du jetzt da rauf? Also, ist das irgendwie grad'n Auslöser gewesen oder so? Ach so, ja, ja. Ähm... Okay, gut. Ich verstehe. Der meint das Internet. Cool. WLAN-Verbindung ist unterbrochen. Mann, gut, dass ich ja sowieso nur Einzelspieler spiele. Als Einzelspieler spiele und nicht mit mehreren Leuten. Aber ich soll nicht zurückblicken, um das Internet zu trauern. Ich soll auch, äh... Ah, ich bin wieder online. Offline weiterspielen können. Ne. Sehr nobel, aber ich mag mein Internet doch sehr gern. So, einmal bitte rein. Zum Reflektieren und Jacksen. Komm, einmal bitte an den Spiegel. Ähm... Äh, ich nehm einmal das hier. Ne, weil ich das immer nehme. Ähm... Gesundheit verbessern ist halt gut. Ja. Oh, Kletterhackenwinstwüt und so. Es kommt als nächstes. Böse. Warte. Aber, ich würde sagen... So lobe ich mir das doch. Na dann. Warte mal. Warte. Nee, warte. Aha. Ja, ja. Genau, ich muss erst mal wieder ein bisschen reinfinden. Ähm... Genau das. Aber warte mal. Hier konnte ich die verkaufen, ne? Genau, das ist die... Das ist die neue, ne? Das ist die alte. Genau, das ist die neue. Ah, ja, hätte ich auch daran erkennen können. Genau, hier konnte ich die Waffen verkaufen. Aber nehme ich wieder ein bisschen Geld. Warte mal. Ah, nee, das war noch zu wenig, ne? Ja. Das war noch zu wenig. Okay. Aber ist nicht schlimm. Dann haben wir das wenigstens erst mal wieder... Ach ja, hier die... Dabei, was? Ah, okay. Ähm... Hier war auch noch was, ne? Gucken wir mal weiter. Ja, genau. Dann verlieren wir wenigstens das, äh... Die angesammelte Buße nicht. So... Wollte ich das sagen. Das ist dann doch ein bisschen zu... Ja, ärgerlich, wenn man dann so viel schon gesammelt hat und dann... Das ist alles verliert. Ach, warte, ich wollte in die Richtung, ne? Vielleicht bin ich in die falsche Richtung gelaufen wegen dem lila Pfad. Ach, ich kann ja auch einfach der Markierung folgen. Nee. Oh! Fernglas, nicht... Äh, Dings. Da. Jetzt hat sie sich schon nicht bewegt. So. Ich hab sie trotzdem... Ein paar Mal nicht getroffen. Ey, ey, ey. Was? Achso, ich dachte, da wär was. Extra die Waffe geändert. Gebackseult. Ich weiß, was gehört hab, aber... Nö. Da war nix. Warte mal, da ist auch noch was. Warte. Wo denn? Ach, da. Ähm. Ah, Moment, Moment, Moment. Da. Hier lang. Und hier lang. Na, der ne. Also, wie gesagt, also spaßig ist es trotzdem. Ne, ist halt schon als DLC ganz cool. Oh, warte mal. Ne. Hahaha, jetzt kann ich nochmal runterlaufen, weil ich das Herz vergessen hab. Ah. Ich hab nicht gesehen, dass da eins mit rausgekommen ist. Sorry. Sollte ich öfter mal warten, ha? Manchmal brauchen die mir echt zu lange. Ah, ich will die Kohle haben. Ich will den Kletterhaken. Das ist das nächste Ausrüstungsstück, was wir brauchen. Ähm, warte. Wie viele Dings brauch ich dafür? Tausend. Okay. Ich werd's nur nochmal nachgeguckt haben. Dann müssen wir nochmal auf die Tausend sparen, ha? Ich mein, soweit ist es ja nicht entfernt. Wir haben ja schon wieder 600. Nee. Das sollte machbar sein. So. Aber was mit den Spänen find ich cool. Konnte was Spänen? Ich weiß es gar nicht. Hab ich zumindest nie gesehen. Die Option. Die kommen dem Ziel immer näher. Unseren Kletterhaken zu erhalten. Und dann stehen uns, äh, Türen und Tor offen. Ja gut, wir kriegen auch ein Wingstoot und so, ne? Ist natürlich auch, äh, fantastisch. Weißt du was? Dann halt so. Warte, wo? Ach, da oben. Ich geh hier lang. Sag einfach ja! Das Ende wird dir dann... Das Ende der Welt. Hier war doch auch was. Ich hab doch hier noch Grad. Oder? Was? Hä? Was? Ich bin verwirrt. Aber das ist gut. Dann ist nicht schlimm. Richtig auch. Ich hätte zwar gern zwei Zentimeter höher gezielt, aber... Ist auch in Ordnung. Ah, ich hab die tausend. Aber hier war doch irgendwo ne Truhe. Ich hab doch... Beim Herlaufen hier ne Truhe gesehen, oder? Kann auch sein, dass ich mich geirrt hab. Geirrt hab. Hm. Mensch. Wollt ihr nicht... Wollt ihr extra nicht über die Brücke hier gehen? Ah, ich hab mich geirrt. Ja, ja. Ja, komm. Ist in Ordnung. Wir gehen wieder hier hin. Ist näher dran. Glaube ich. Du bist stolz, Joseph. Ja. Zu stolz, um deine Sünden zuzugeben. Ja, kann sein. Wer weiß das schon? Nö. Sind wir denn nicht alle ein bisschen stolz? Und dickköpfig? Hä, wer will schon zugeben, dass er falsch gelegen hat? Und dass er damit vielleicht den ganzen Kontinent in den Abgrund riss? Das ist ein ganzes County. Nicht Kontinent. Aber ne? Das ist schon nicht wenig. Ich glaub, da wird jeder so ein bisschen rumdruxen, ne? Das heißt, ja, du hast da die... Aber das war aber ganz schön, ne? Aber ganz schön du, ne? Wollen wir auch sagen, nein, ne, vielleicht nicht, ähm... Ich meine, ich hatte gute Absichten. Zählt das nicht irgendwo? Ne? Naja. Ob seine Absichten gut waren, ist jetzt auch wieder fraglich. Davon mal abgesehen. Ne? Aber man kommt so ein bisschen hinter. Äh... Hier. Nice. Ja, das müssen wir unbedingt machen. Ah, ja. Was sind die Heere der Gerechten? Es sind doch ein paar Dinge dabei, die, äh... Nicht so sind wie bei Wars. Die doch so ein bisschen angepasst sind, ne? Ich bin, äh, überrascht und verwundert. Also positiv. Ähm. Granatwerfer, ach so. Ja, das mach ich später. Wenn wir die richtigen Waffen dafür haben. Äh, ich geh mal in die Richtung. Ich glaub, da ist noch mehr. Nö. Hat er da. Ja, ja, ich wollte ja sowieso zum Schild. Das passt sicher. Nö. Guck mal. Ach, komm. Hat sich da einfach mit dem Kopf gemickt, ne? Hey, Güte. Voll durch den Pferdeschwanz gestritten. Mehr aber auch nicht. Ach, ich dachte, der, der, der Baum, da, hier, der Baum hier wäre eine Person gerade. Ah, ich werd wieder paranoid. Naja. Aber wir kommen gut durch. Finde ich. Ist schon, äh, ich glaub, mal war's, hab ich mir wesentlich mehr gebraucht. Oder länger. Ähm, wo? Ach, da, wo ich markiert hab. Okay. Ach, da oben. Hä? Oh, warte mal. Ich hör auch ne Dings. Mir wieder ne Figur. Ich nehm erst mal die Truhe mit. Ach, da. Okay. Okay. Wir haben's. Na, so langsam komm ich rein. Ne? In die Art von Spiele. Oder DLC. Gerade, weil andere sind dann ja auch wieder anders. Aber in die DLC-Reihe? So langsam, aber sicher, ne? Kriegen wir 10. Ja, gut. Sommelwaffen, Joseph. Ja, ja. Äh, hier brauch ich auch 500. Ich unterbreche ihn 50.000 Mal. Ist so mein Ding. Ah, hier ist das, ah, hier ist das Gästschild auch aufgezeichnet. Interessant. Dann gehen wir da rein. Ja, ja, komm. Du bist schwach und du weißt das. Deswegen willst du's kompensieren mit irgendwelchen tollen Worten. Die aber im Endeffekt dann doch nicht toll sind, ne? Erstmal umdrehen. Vorausschauend, äh, schießen. Ne? Klappt nicht immer, aber immer öfter. Hin und wieder mal. Ich glaub, ich komm da oben nicht hin, ne? Schade. Aber immerhin ist es dabei. Immerhin kann man's sehen. Aber es war ja auch ikonisch. Na, haben wir einen Trailerpark? Was ist das? Gute Frage. Ähm. Ich geh rein, ne? Auch wenn der Part vielleicht nicht mehr so lange geht, aber... Ist ja nicht so wild. Ich nehm ja grad an einem Stück auf, weil es Spaß macht. Ich schenke dir eine neue Vision, mein Kind. Ah, ja. Was geschehen wäre, wenn du meinem Pfad nicht gefreut wärst? Was wäre geschehen? Ähm. Gute Frage. Irgendwie steht alles Kopf. Aber etwas stimmt nicht. Ach nein, wirklich? Ich würde sagen, alles steht Kopf. Eigentlich ist nicht richtig. Oh. Okay. Ah, ja. Ah, hm. Ah, ja. Ah, das ist sein, sein, äh, äh, Marsch hier, äh, den wir machen sollten, den wir verführen sollten. Ähm, weil er meinte, ne? Hier. Ich wusste, dass wir nicht überleben würden. Uns verwenden zu müssen, äh, benutzen zu müssen. Ah ja. Da ist die Spüle übrigens. Okay, ich kann hier nichts machen. Interessant. Muss ja irgendwie hoch, ne? Das Leben weniger wird schwerer als das Leben vieler. Ich tat, was ich für richtig hielt, Jacob. Hier. Okay. Ähm. Ich hab nie geglaubt, dass wir da unten überleben. Nicht wirklich. Ich hab nur den Kampf genossen. Ah, ja. Na dann. Brauchst dich ja nicht zu beschweren. Ja, ist schon sehr interessant. Na klar, natürlich. Finde ich den Weg dahin. Ach, er hat das Lied einfach gemocht. Oder hat er sich selber, äh, indoktriniert. Jacob, nein, 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 nein. Das reicht jetzt. Jacob, das reicht. Ich hab getan, was du gesagt hast. Ich führte deine Befehle aus. Hast du nicht. Noch nicht. Steh auf. Wir müssen zusammen nach Eden gelangen, Bruder. Zusammen. Ach, Jacob. Damit spuckst du allem, was ich für dich getan habe, ins Gesicht. Ich hab dich gerettet, Jacob. Nein, Joseph. Ich hab dich gerettet. Denn das war's, was du eigentlich wolltest. Das war die wahre Mission. Du hattest Angst. Tja. Das stimmt wohl. Du hattest nur so gut wie seine Befehlskette. Und es war Zeit, dass du dich zurückziehst. Nein! Tja. Jacob war schwierig. Aber er würde nie so etwas tun. Glaub, was du willst. Mit ihm hier, wäret ihr beide gestorben. Ja, das glaub ich. Zu 100%. Gut, dann nehmen wir aber den nächsten Weg, ne? Können wir ja nochmal machen. Ah. Ja, ja. Ja, das ist definitiv sein Zimmer. Ja. Yes. Übrigens. Nicht, wir suchen nicht J.A., wir suchen Y.E.S. Tja. Ah, okay. Ich hab nur die Seile hier gesehen. Klettersolchen. Ah, wo ist das E? Wo ist das E? Warte. Nee, den muss ich definitiv zuletzt einsammeln. Sorry. Ich will aber nicht die Szene falsch triggern. Ähm. Oder? Ah ja, hier. Das E. Ich hoffe, du bist auf ein paar unangenehme Wahrheiten gefasst. Uwa, uwa. Bin ich. Alles tut die. Ach komm. Ernsthaft? Brauche ich doch noch, was das ist. Äh. Warte. Kannst du dich hier festhalten? Nein. Nett. Ah, okay. Äh. Ah, okay. Wenn man erstmal den Dreh raus hat. Achso, ich hätte es gar nicht falschrum einsammelt. Okay. Gut. Ich muss das jetzt sowieso erstmal einfügen. Na dann. Nein. Ach. Ich höre sie dort drinnen, weißt du? Sie flüstert. Sie sündigt. Wir müssen nur. Wir müssen es hier rausschneiden. Es wie eine Schale ablösen. Die Dinge haben sich verändert, John. Wir müssen überleben. Außer Gott hat mir den Weg gewiesen. Es geht um dich. Es ging schon immer um dich. Warum bist du der Einzige, der Gottes Plan kennt und weiß, was er will? Es ist genauso, wie es oben war. Du willst mich kontrollieren. Tja. Gib dich nicht den Neid hin, John. Ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Ich weiß, all diese Triebe stammt von ihm. Wie du damals schon sagtest, als du meine Hilfe wolltest. Tja. Dagegen kannst du nichts mehr sagen. Tja. Und ich weiß, dass du Angst vor Jacob hast. Tja. Also hör mir zu, Bruder. Wenn du Faith anrührst, wird das Konsequenzen haben. Verstehst du das? Ja. Und er geht jetzt mit dem Messer auf dich los. Diese Triebe sind von Gott. Dann prüft Gott uns beide. Oder auch nicht. Ich konnte John immer kontrollieren. Durch Gebete und Seelsorge hätte er es geschafft. Na, nicht wirklich. Er hätte es ertragen. Nein. Habe ich dir je Lügen gezeigt? Ja. So wäre es, wenn er überlebt hätte. Alles geschah, wie es sollte. Tja. Warte mal. Ich hab das gesehen. Achso. Der kommt später. Ich verstehe. Aber, aber, aber. Oh. Ja, gut. Diesen Raum. Gut. Prüft Gott. Zu gut. Bestraft. Es ist nur Essen für zwei Jahre übrig. Wir müssen sparsam sein. Wir müssen fasten und Gott belohnt unsere Disziplin. Er wird uns Mana schicken. Und er wird uns Kraft geben, um in seine neue Welt hinaus zu gehen. Ah, ja. Doch wenn ich den Deputy töte, wen habe ich dann gerettet? Tja. Soll tatsächlich nur ich, nur ich das gelobte Land erreichen? Oh. Musst du deshalb meine Familie sterben? Der andere DLC von Far Cry 5. Das ist Teil deines Plans. Das ist Teil deines Plans. Ich meine, neben Hours of Darkness. Naja, aber ich wollte eigentlich nur den Raum betreten, um den Part zu beenden. Nicht, um hier noch großartig seine Erinnerungen zu sehen und seine Zweifel. Äh, wir sehen uns natürlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Amen. 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 Amen.